Die neue Reise der Wunder, feierliche Zusammenkunft ist jetzt am Start in AFK Arena. Wir haben eine Hauptbelohnung mit 10 Zeitemblemen und ansonsten kennt es ja wie immer so ein paar kleine Sachen, die wir noch einsammeln können. Als allererstes gehen wir hier einmal zu Leonardo da Vinci und sprechen einmal mit dem und uns wird auch schon die große Hauptbelohnung mit den 10 Zeitemblemen angezeigt. Als allererstes haben wir hier zwei Quests, die wir abschließen müssen, beziehungsweise so gesehen drei und es wird gleich noch die zweite Aufgabe angezeigt. Löse die Rätsel und der Mechanismuszone, zeige deine Fähigkeiten in der Kampfzone, jage nach versteckten Überraschungen. Wir drücken auf Bestätigen und wir haben als allererstes sofort schon mal die Möglichkeit, die erste große Hauptbelohnung einzusammeln, was auf jeden Fall schon mal ganz nice ist. Also müssen wir so viel dafür jetzt auch nicht wirklich machen. Dann begehen wir uns als allererstes hier einmal zu dem guten Herrn, denn hier wird uns jetzt gleich, nachdem wir mit ihm interagiert haben, eine kleine Belohnung gedroppt. Die können wir hier auch schon mal direkt einsammeln. Dann gehen wir hier oben zu Tane hin, interagieren auch nochmal mit dem und auch hier erwartet uns somit die nächste kleine Belohnung, die wir auch schon mal direkt einsammeln können. Ich glaube, wenn wir auf Oden gehen, da ist nichts passiert, muss ich nochmal ganz kurz schauen. Wobei doch, auch hier erwartet uns dann die nächste kleine Belohnung und dann haben wir hier unten noch Rosaline. Auch da drücken wir einmal auf Interagieren und auch hier wird uns jetzt die nächste kleine Belohnung erwarten. Wir können jetzt auch rein theoretisch noch mit allen anderen Charakteren, wie jetzt zum Beispiel Peggy, interagieren. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich was bringt, um ehrlich zu sein, denn wenn wir jetzt mit der sprechen, ja, ihr werdet es sehen, droppt keine Belohnung. Oder wenn wir jetzt zur guten Reine gehen und jetzt hier entweder auf Ja oder auf Nein drücken, werdet ihr es auch hier sehen. Droppt jetzt auch keine Belohnung und dasselbe passiert jetzt hier mit Baden. Ihr könnt es natürlich gerne machen, vielleicht irgendwie für die Story oder so, aber Belohnungen wirft das Ganze nicht ab. Dann gehen wir in das nächste Gebiet, gehen wir mal hier hin zu Morvus und interagieren einmal mit dem. Ob das was bringt, weiß ich nicht, eine Belohnung droppt er auf jeden Fall nicht. Aber dann würde ich sagen, gehen wir hier oben einmal zu der Schienenweiche, ziehen das Ganze nach rechts. Somit geht der Laserstrahler an und wir haben auch schon hier die Möglichkeit, die nächste kleine Belohnung einzusammeln. Dann gehen wir hier einmal auf die Kanone. Ich würde sagen, wir schieben das hier erstmal nach links. Wir haben somit hier auch eigentlich schon mal den Weg frei, drücken einmal auf Feuern, können die wieder nach rechts schieben, drücken einmal auf Nutzen, können hier die nächste kleine Belohnung einsammeln. Und um das ganze Rätsel abzuschließen, drücken wir auch noch mal ganz kurz auf Feuern und bekommen auch so ein bisschen Text eingeblendet. Und dann würde ich sagen, geht es weiter. Und zwar haben wir hier hinten einen blauen Hebel, den müssen wir betätigen. Ziehen wir einmal an dem. Somit haben wir die Möglichkeit, hier an diese kleine Belohnung ranzukommen. Ziehen wir nochmal ein zweites Mal an dem. Haben wir auch die Möglichkeit, an die zweite kleine Belohnung ranzukommen. Ja, wenn wir ein drittes Mal an ihn ranziehen, dann kommen wir somit auch schon wieder raus. Gehen wir einmal zu Eduard und drücken einmal auf Sprechen. Wirft jetzt keine Belohnung ab. Ob das jetzt noch was bringt, auf Cecia zu gehen, mit ihr zu sprechen. Ich würde sagen, interagiert einfach mal mit allen Charakteren, die hier rumstehen. Vielleicht bringt es irgendwie irgendwas wegen der Story. Müssen wir einfach mal schauen. Dann haben wir hier einen Wachstumspilz. Gehen wir einmal auf Essen. Somit können wir jetzt über die Brücke laufen und die kleine Belohnung einsammeln. Dass die Brücke jetzt kaputt ist, ist nicht schlimm. Sammeln wir mal ganz kurz den Ballon ein. Gehen auf den Schrumpfpilz, drücken auf Essen und können auch schon ganz easy wieder hier raussteppen. Dann würde ich sagen, begehen wir uns jetzt einmal hier in diese Kampfzone. Ja, hier müssen wir, wie die Zone es eigentlich auch schon verspricht, ein bisschen kämpfen. Ich habe gerade schon mal das Ganze hier auf meinem Zweitaccount auf dem Test-Test-Tuber versucht, ein bisschen zu spielen. Und da kann ich euch aus Erfahrung sagen, dass der Gegner hier unfassbar schwer war. Das sieht man auch anhand des Helden-Levels. Deswegen würde ich sagen, lassen wir den erstmal in Frieden und kümmern uns jetzt erstmal um den Gegner hier in der Mitte. So, den haben wir auf jeden Fall relativ easy besiegt und müssten somit jetzt etwas in unsere Tasche bekommen. Genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier auf den, ja vermutlich großen Gegner, der dann aber doch nicht so groß ist. Das sieht man ja auch anhand der Kampfkraft und, ja, auch anhand dessen, wie schnell der Kampf hier jetzt, ja, vorüber ging. Sammeln wir natürlich auch hier die nächste kleine Belohnung ein. Und dann haben wir hier unten die nächsten beiden, ja, Graveborn-Gegner, sage ich einfach mal. Die attackieren wir dann natürlich auch nochmal. So, Erster ist besiegt und der Zweite müsste an sich auf jeden Fall auch relativ easy sein. Sieht man, von der Kampfkraft her sollte jetzt eigentlich kein Problem darstellen. Ja, und genau so ist es auch. Der Kampf ist nach elf Sekunden vorüber und somit haben wir die Möglichkeit, die nächste kleine Belohnung einzusammeln. Dann würde ich sagen, gehen wir hier mal auf den Dunen-Zerstörer und zerstören den einfach mal. Denn auch hier erwartet uns somit die nächste Belohnung, die wir jetzt einsammeln können. Das ist schon mal ganz nice. So, ich habe jetzt gerade mal mit Brutus, Thoran und Hogan interagiert. Könnt ihr ja auch gerne machen, ob es vielleicht irgendwie was für die Story bringt oder so. Ich würde sagen, wir gehen jetzt aber einmal auf den Gegner hier oben hin. Und ihr seht es halt anhand von der Kampfkraft her, dass der halt schon relativ stark ist. Ich weiß nicht, ob der noch genauso stark ist wie vorher. Ich würde sagen, wir versuchen den aber einfach mal zu besiegen. Ich habe es zumindest auf meinem Zweitaccount vorhin nicht hinbekommen. Aber hier sieht es jetzt gerade anscheinend doch relativ easy aus. Vielleicht sind meine Helden da auch einfach irgendwie zu schlecht gewesen oder so. Aber somit haben wir auf jeden Fall schon mal die erste Quest abgeschlossen. Ende der Feier. Die Feier geht zu Ende. Es ist Zeit, zum zentralen Platz für das große Finale zu gehen. Okay, anscheinend erwartet uns ein großes Finale. Wir haben somit auf jeden Fall alle Belohnungen eingesammelt. Wir können ja aber mal gucken, was uns hier erwartet. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum zentralen Platz. Hier stehen auf jeden Fall einige Charaktere. So, dann stellen wir uns einmal hier hin. Vielleicht erwartet uns ja noch irgendeine geheime Belohnung oder so. Bin ich mal gespannt. Okay, wir sehen jetzt im Hintergrund irgendwas eingeblendet. Quest ist abgeschlossen. Aber, ja, tatsächlich bringt es jetzt keine weitere Belohnung oder so. Jage nach versteckten Überraschungen. Eins von sieben. Sind das die Ballons, die hier mitten auf der Map sind? Schauen wir mal ganz kurz nehmen. Ne, eins von sieben immer noch. Okay, was es jetzt hier mit den versteckten Überraschungen auf sich hat? Keine Ahnung. Ich habe irgendwie eins von sieben eingesammelt. Verstehe ich jetzt auch nicht so wirklich. Was man da einsammeln muss, die Ballons sind es auf jeden Fall nicht. Ansonsten sehe ich jetzt hier auf der Karte nicht wirklich, was man noch einsammeln könnte. Außer eben diese Ballons. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr da was für euch entdeckt habt. Aber von den Belohnungen her sind wir auf jeden Fall durch. Das heißt, das wird somit gewesen sein von der Reise der Wunder. Wir haben natürlich wie immer alle Belohnungen eingesammelt. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten AFK Arena oder AFK Journey Videos von mir. Macht es bis dort schon auf jeden Fall gut, Leute. Und ciao.